Ich grüße euch liebe Dampfer, Dampferinnen, alle die es mal werden wollen, meine Waschmaschine schleudert, das passt ganz gut. Wir kommen heute zum Drip Hacks Black Mamba und zwar ist das so eine 250ml Flasche, gibt viele, viele Sorten von Drip Hacks, kostet 19€, da drin habt ihr 50ml Aroma. Ihr füllt das Ganze auf mit Base bis oben hin und gegebenenfalls natürlich mit Nikotinshots, ihr habt hier hinten aber auch eine Skala drauf, je nachdem wie viel Nikotin ihr am Ende drin haben wollt, wenn da keins drin haben wollt, einfach nur mit einer Base bis oben hin auffüllen. Reifezeit wurde angegeben 7 Tage, ich habe das Ganze quasi gebraucht bekommen, das heißt darauf kann ich nicht eingehen. Ihr habt hier oben quasi so einen Verschluss und könnt so das Ganze dann in euren Tank einfüllen oder auf euren Tröpfler tröpfeln. Ich habe das Ganze jetzt MTL und einmal DL ausprobiert, also in zigarettenähnlichen Geräten und einmal für viel Dampf beschrieben wird, als schwarze Handelsbeere mit tropischen Früchten. Teilweise wurde das auf deutschen Seiten weggelassen, original auf der Herstellerseite steht auch, dass da eine würzige Note mit drin ist. Und das Ganze macht das ein bisschen interessant, ein bisschen weniger allgemeintauglich. Was du rausschmeckst, ist eine schwarze Handelsbeere, die kommt aber nicht so süß raus. Also schwarze Handelsbeere, wie du das aus den meisten Liquids kennst, ist dann sehr vordergründig, sehr, so dieses Cassis-mäßige, einfach sehr intensiv, sehr süß. Das ist hier eher weniger, du hast so schwarze Handelsbeere, die nimmst du dann auch nach dem Dampfen quasi auf der Zunge wahr. Die ist aber gar nicht so überpräsent. Danach kommt eine Mango. Mango steht zwar nicht offiziell in der Beschreibung, ist hier aber mit drauf angegeben. Ihr habt da die schwarze Handelsbeeren, ihr habt da die Mango. Eine Mango schmeckt ihr raus und ich finde, die geht so in diese würzige Richtung. Also ihr habt da wirklich eine würzige Note mit drin. Das hat ihr schon, das eine von Antimetta hat so eine würzige Note mit drin. Kennt ihr von so ein paar Fruchtliquids. Ist was Eigenes, steht nicht jeder drauf. Ich finde es ganz interessant, kann den Effekt haben, dass ihr das länger dampfen könnt, ohne dass es euch langweilig wird. Das finde ich, ist hier ganz gut getroffen. So eine leicht würzige Note, die überdeckt aber nicht alles. Das kommt mit raus. Man nimmt sie aber auch gut wahr. Also was würziges ist definitiv drin. Und dann kommt so ein tropischer Früchte-Mix. Also ihr habt dann wirklich, wenn ihr ja an tropische Früchte irgendwie was denkt, so diesen Mix. Also nicht einzelne Früchte, die da raus schmeckst, sondern wirklich schwarze Handelsbeeren, Mango ungefähr gleich stark. Dieses würzige und dann diese tropischen Früchte im Abgang. Ist, finde ich, kein klassisches Früchte-Liquid durch die würzige Note, weil sie halt auch mit rauskommt. Ist aber ein Liquid, was ich ganz okay finde. Also ich finde es nicht schlecht. Ist jetzt aber auch nicht der Überburner, finde ich. Ich habe ja da, wo ich zu Besuch war, habe ich 16 Sorten davon ausprobiert. Und das war so mit der schwächste. Ich würde es aber immer noch im guten Niveau einordnen. Ja, falls ihr das Liquid selber hattet, gebt auch mal gern euer Feedback ab. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Bis dahin.